Es sind bald 400 Jahre, dass sich auf unserer Stadt ein Drache breitmacht. Ein Drache! Hervorragend! Soll ich euch helfen? Mia! Ich fordere den Drachen zum Kampf! Nein, nein! Na schön, fangt ihr an! Wem droht denn das Unheil? Ihr, Elsa und folglich uns allen. Aber ich muss Sie bitten, darüber kein Wort. Unsere Stadt ist im Tribut pflichtig. Jedes Jahr bildet sich eine Jungfrau aus, die geben für ihn, ohne Miau zu sagen. Lassen Sie mir Zeit bis morgen. Ich besorge mir eine Waffe und wir treffen uns im Feld. Wieso sollte ich? Damit das Volk Sie nicht für einen Feigling hält. Das Volk erfährt von alledem nichts. Ein Wettbewerb! Ein Falkerpult! Ein Wettbewerb! 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 ein Wettbe